Okay, ich zeige euch, wie ich bei dem Event auch sah. Okay, festhalten, das Kleid ist echt mega schön. Tada! Es ist so schön! Natürlich sahen Andrea und Tobi auch fabelhaft aus. Und wir waren in einem türkischen Brautmoden-Event-Geschäft. Dieses Geschäft heißt Modessa und ihr findet es in Mannheim. Also, let's go! Falls ihr schöne Kleider wollt, schaut vielleicht auch mal vorbei.